so da wären wir wieder in der letzten folge haben wir wieder einen besessenen zwerg gehabt den haben wir jetzt auch immer noch und den werden wir wahrscheinlich auch eine ganze weile haben denn es dauert eine ganze ecke bis so ein zwerg endgültig den verstand verliert das heißt wir können hoffen dass die elfenkarawane demnächst eintrifft die kommt ja meistens im frühling und die kommt dann auch hier durch durch unsere holz kahlschlag aktion da werden die sich freuen aber gut da müssen wir jetzt gucken ob wir genug material zum tauschen überhaupt haben ich guck mal ganz kurz auf unsere stocks wir haben spielzeuge musik instrument da mehr gestellt wo auch immer die einsortiert werden flask tools musical instruments 79 stück das sind vielleicht zwei drei kisten ist nicht besonders viel arbeiten die noch fleißig ja eher schon hier ist keiner aber die müssen jetzt auch jedes mal nach ganz unten laufen sich die steine zu holen das ist natürlich nicht so gut heißt wir sagen dem stockpile mal hier du darfst auch granit haben und man konnte noch stockpiles anderen stockpiles überordnen ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie es ging ich glaube mit t und jetzt wähle ich einen anderen stockpile aus nämlich den da und jetzt müsste er von unten hierher die sache hoch bringen also hat dieser stockpile jetzt priorität über den anderen alle müssen erstmal abwarten momentan haben wir nicht besonders viele arbeitslose wegen unserer kahlschlag aktion halt da schleppt jemand einen stein an aber ja doch da wurde gerade einer abgeladen obwohl der stockpile hier unten näher dran wäre das ist ein gutes zeichen es sind mir viel zu viele zwerge draußen aber da kann man nichts ändern was macht unser militär gerade die machen kombi der buddelt ja das ist gut so was machen unsere minen schon fast alles leer hier in der mitte gut dann dürften die zwerge auch ein zwei punkte in stärke bekommen haben von dem ganzen buddeln was mich aber ein wenig irritiert ist dass jetzt zwei zwerge oder drei zwerge am buddeln sind und die anderen kampffähigkeiten trainieren obwohl sie eigentlich in ihrem zivilberuf sind sieht man auch hier an dem symbol der hat sein holzhacker symbol obwohl er eigentlich trainiert was haben wir jetzt jetzt haben sie aufgehört zu trainieren na ist doch gut so was haben wir noch ach ja ich wurde jetzt schon mehrfach darum gebeten doch bitte die flat gates abzubauen und brücken zu bauen und was weiß ich das mache ich aber erstmal nicht ich will gucken wie das funktioniert denn ich weiß dass kreaturen dass die zerstören können aber das können nur gewisse kreaturen beziehungsweise konnten es früher nur gewisse kreaturen und die kommen jetzt am anfang nicht das heißt wir gucken erst mal wenn die erste invasion kommt wie sie das entwickelt ob die flat gates halten wie sie durch diese maze durchlaufen und je nach dem wie das dann läuft bauen wir das ganze um aber jetzt irgendwas auf krampf umzubauen habe ich nicht wirklich lust außerdem wären wir dann in der misslichen lage dass wir mitten in den umbauarbeiten angegriffen werden könnten und das wäre nicht so schön und alle bäume sind weg also jedenfalls alle die wir designiert haben was ist doch schick und hier liegt jede menge holz draußen rum wahrscheinlich weil das stockpile unten voll ist ja das ist doch ein super anblick man braucht noch irgendwas aus holz wir können bestimmt noch ein paar betten gebrauchen ja job manager wir hätten gerne bed construct bed 30 damit auch schön viele in master qualität rauskommen ach ich wollte gerade sagen wir können ja die alten betten die nicht so gut sind an die elfen vertauschen aber ich glaube das möchten die nicht so unbedingt knochen haben wir auch nicht besonders viele apropos knochen haben wir ein paar neue hunde äh animals ich habe schon welche zum schlachten designiert da sind noch welche neue dazugekommen der da der da der da und der da alles männliche welt die wir nicht unbedingt brauchen da haben wir schon den ersten ersatz für einen da oben na gut den welpen lassen wir jetzt auch noch alt werden und wenn der alt ist dann setzen wir den und den nehmen wir als ersatz für die beiden und schlachten die beiden alten da auch wenn die ja eigentlich recht lange leben also lebenserwartung von einem hund ist 15 jahre ich glaube auch im spiel und wir haben ja gerade mal zwei drei jahre rum wie viel haben wir eigentlich rum 128 haben wir wir haben 125 angefangen also sind wir im dritten jahr es passt also ja die hunde müssten noch eine weile leben mit dem wir angekommen sind aber trotzdem sollte man sowas schon mal vorbereiten so haben wir noch irgendwelche tiere die am verhungern sind denn ich habe in den kommentaren gelesen dass diese missing nachrichten nicht unbedingt auf vampire hindeuten also genau diese missing nachrichten sondern das heißt einfach dass irgendwo ein tier gestorben ist und die zwerge es aber noch nicht gefunden haben das heißt aber auch dass es nicht unsere tiere gewesen sein können denn unsere tiere treiben sich ja meistens hier drin rum also wo die zwerge sich auch aufhalten oder folgen ihrem herrchen das heißt sie würden sofort gefunden werden wenn sie sterben das heißt wiederum dass es wahrscheinlich nur irgendwelche tiere auf der karte sind an die sich die zwerge mit der zeit gewöhnen und dann fällt ihnen auf dass es nicht mehr da ist also wenn wir jetzt hier einheiten drücken und andere dann haben wir hier zum beispiel unseren schwamm den schwamm haben wir es ja schon richtig lange auf der karte wenn tiere richtig lange auf der karte sind gewöhnen sich die zwerge an die und geben denen irgendwann sogar eigenen namen und wenn dann einer von diesen plötzlich verschwindet dann machen sich die zwerge in anführungszeichen sorgen oder ihnen fällt es halt auf und das sind diese lieder nachrichten was zwar ein ganz nettes feature ist aber hätte nicht unbedingt sein müssen also ich konnte auch ohne leben mich interessiert es nicht unbedingt ob jetzt irgendeine ente die ich schon seit drei jahren vor dem fort gesehen habe nicht mehr da ist aber sei es drum oh der carpenter kreders hat ein masterpiece hergestellt das wird dann wohl im bett gewesen sein sehr schön wir können jede menge masterpiece betten gebrauchen da wir ja später 1,2,3,4 Kampftrupps haben werden a7 zwergen ja ja das wird schick vor allem wenn wir später genug metall haben um die ganzen rüstungen zu bauen apropos metall ich wollte runter nochmal in die mine gucken ob wir irgendwo neue erzadern gefunden haben da oben haben wir noch edelsteine gefunden meine hoffnung war ja dass wir in dieser schicht hier andere metalle finden weil in der granitschicht finden wir anscheinend nur dieses bismutit also jedenfalls in unserem kartennabschnitt aber hier hätten wir die chance was anderes zu finden das heißt wir sollten hier nochmal ein paar quer tunnel designieren dann dadurch dadurch und dadurch auf der anderen seite haben wir auch noch jede menge das designiert ist und danach sollten wir mal ein paar etagen tiefer oder höher gehen weil hier oben haben wir ja überall diese erdschicht und hier auch und hier auch das heißt da wäre die chance höher dass wir andere steine finden wie machen wir das am besten das ist ja unser turm 2 und hier fangen offiziell unsere minen an das heißt wir bräuchten jetzt irgendwo noch einen zugang in die oberen schichten der aber nicht mit turm 2 kollidiert denn hier sind ja die ganzen betten und so weiter wir könnten sie irgendwo am hinteren ende machen aber da müssen die zwerge so weit laufen das wäre ja nicht so gut machen wir das einfach mal hier also machen jetzt hier einen platz für eine tür und dahinter machen wir up and down stairways und zwar auf beiden seiten damit symmetrisches weil symmetrie halt toll ist und dann buddeln wir uns hier nach oben bis es ist zu nah dran gewesen müssen wir es doch echt hinten irgendwo machen das ist doof so du auch noch weg du auch noch weg und du auch weg so also wo bis wo gehen denn unsere schlafräume bis hier das heißt ab diesem punkt könnten wir treppen nach oben bauen das heißt wir könnten jetzt hier einfach so eine treppe nach oben und unten bauen oder wir bauen hier eine direkt hin also wir drücken mit B Shift C und jetzt können wir auch einfach mitten auf weiter Flur diese up and down stairways bauen die wir normalerweise direkt in den Stein hauen und hier wäre die Mitte also bauen wir einfach hier ein up and down stairway aus Granit so ich hoffe man das mit der Höhe hinkommt äh so ja super das jede Menge Platz schön schön denn ist hier unsere neue Ausgangslage für die Minen in der oberen und unteren Etage kann ich auch schon mal hier weiter oben das designieren und dann buddeln wir uns gleich bis hier oben durch so und da lassen wir unsere Fühler ausfahren um zu gucken ob da irgendwo Eisen ist wir können auch draußen auf der Karte mal einfach so manuell gucken ob irgendwo in den Wänden Eisenbrocken sind aber die Wände sind alle aus Lehm also hier kann man nicht wirklich irgendwelche Steine drin finden das ist schade oder hätten wir jetzt einen richtigen Berg auf der Karte dann hat man öfters das Glück dass das quasi rausquillt schon aus dem Berg also wenn das jetzt alles Stein wäre dann sieht man hier überall Edelsteine im Berg und Kohle und Eis und was weiß ich aber wir haben halt einen Hügel und keinen Berg so das Ding wird aber irgendwie nicht gebaut braucht Masonry und wir haben nur ein Mason ja komm das kann nicht sein also ich will zwar gute gut qualitative Sachen später herstellen mit dem Mason aber wir brauchen einfach ihn für zu viele Sachen also nehme ich jetzt äh zing irgendein Hauler oder Pawn der noch keinen Namen hat äh der einen Namen hat Hauler hat keinen Namen Zodia nehme ich mal und du bist jetzt ein Mason und haben wir noch einen nicht Giga Games du bist jetzt auch ein Mason so und dann müssen wir den beiden noch den Job geben P L Stoneworking Masonry und bei Zodia auch noch Zodia war hier unten C so jetzt haben wir drei Masons Davon sind zwar zwei Tiere schlecht aber es geht ja momentan eh nur darum die Mauer oben zu bauen da ist die Qualität vollkommen egal und äh hier halt die Treppe zu bauen und ich glaube da kommt schon der Erste ja Seetanktung persönlich der Steinmetzmeister quält sich ab um einen Stein zu seiner Treppe zu bringen so das heißt die Miner können da oben auch ran hier oben haben wir noch ein paar Edelsteine gefunden aber kein Metall schade schade oh und mehr Tiere das ist immer gut also mehr Hundewelpen muahaha so der Eingang war da die 30 Betten sind auch schon fertig und wir haben anscheinend keine Kisten mehr sonst würden die ganzen Musikinstrumente in Kisten gepackt werden und yeah eine Elfenkrawane sehr schön hoffentlich haben die Stoff dabei denn unser wie hieß er noch er hatte keinen Namen ne ja ja unser Furnace Operator ist langsam am durchdrehen so gut dann drücken wir mal Q Gerogon Hinder und unsere Tauschsache hierher da brauchen wir unsere Toys wir brauchen unsere Crafts die sind da schon mit bei und die Instruments da haben wir noch eine ganze Menge so war das alles ne hier sind noch mehr oh wir haben ja richtig viele Kisten davon ja da dürften wir jede Menge Stoff bekommen so und weiter wird alles schön hierher gebracht so wo ist die Karawane jetzt war die irgendwo oben immer diese schleichenden Elfen da ist uns das Wildschweinrudel ja die werden schon irgendwo vorbeigehuscht sein ah und Diebe da ist der Dieb ok S Shift A T für aktiv und K Töten den da den da den da töten der läuft sogar Richtung unseres vororts ah der läuft nach Südosten da ist unser Eingang ne da ist er nicht mehr heißt der wird wahrscheinlich schon weg sein bevor unsere Zwerge überhaupt ankommen und da ist die Elfenkarawane kommt auch schon rein kommt auch schon rein soweit so gut das heißt wir können unseren Trupp wo ist unser Trupp er läuft noch hinterher ach jetzt laufen sie schon wieder zurück ok Kehlbefehl aufheben inaktiv auf obwohl wahrscheinlich kommt gleich der nächste Dieben lassen wir sie mal aktiv und positionieren wir sie alle hier im Gang damit sie beim nächsten Spiel gleich sofort loslaufen können und können wir schon den Handel treiben ne Gerogon muss erstmal was trinken na gut dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge treiben wir den Handel mit dem Elfen hoffentlich um oh oh schlechtes Timing er hatte doch einen Namen der Furnace Operator Extreme Chiller has gone berserk ist also durchgedreht und versucht jetzt andere Zwerge umzubringen na gut dann treiben wir in der nächsten Folge nicht Handel mit den Elfen jedenfalls nicht direkt sondern wir bringen erstmal den Extreme Chiller um ähm ja das könnte eine recht eklige Angelegenheit werden aber gut das machen wir in der nächsten Folge bis gleich